Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Werte Bürger und Bürgerinnen, wir bauen ein Plastahl-Langschwert. Und Wonder Woman ist schon ganz heiß darauf, was es denn wird. Legendär, meisterlich, exzellent. Alles unter exzellent ist scheiße, also Wonder Woman. Der Druck ist da. Hi, Catwoman. Ohne zurück zu grüßen, rennt einfach dran vorbei. Catwoman sagt sich, Wonder Woman muss sich erst beweisen, ein exzellentes Schwert herzustellen. Denn dieses Schwert ist von Catwoman. Und dieses Schwert ist von Catwoman. Wie Sie sehen, Wonder Woman ist hier noch der Neuling. Catwoman ist schon das harte Eisen. Alles produziert auf exzellentem Niveau. Oh, das ist bestimmt auch von, das ist bestimmt auch von, ja, hier, Catwoman. Ohne Probleme. Ruppte sie hier was, meisterhaftes hin. Ja, das ist ein Fehler in der Matrix. So, wird es Wonder Woman schaffen? Ein exzellentes oder vielleicht sogar ein meisterliches oder vielleicht sogar ein legend... Warte, es kommt gleich. ...deres Plastahl-Langschwert herzustellen. Und? Es ist gut! Wonder Woman! Ja, jetzt rennst du. Ja, Wonder Woman. Jetzt musst du rennen. Jetzt ist es vorbei. Ach, jetzt willst du dich mit einem Gladius versuchen. Ja, das Langschwert war dir zu hart, ja? Jetzt musst du ein kleines Schwert, ja? Jetzt musst du in kleineren Dimensionen anfangen. Denn so ein Langschwert, das ist nur was für so richtige... ...richtige Schmiede. Ne, ne, ne. W-w-w-watte. Äh. Okay. Das geht ja mal gar nicht so. Wonder Woman hat sich wieder verzogen. Ah, ne, sie pennt. Verstehe. Gut, dann gehen wir mal auf die Kommentare rein. Du, 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 du. Dafür dauern Sandsteintüren aber ewig. Und bei den Verkehrsaufkommen in diesen Lager summiert sich die Wartezeit expo... Ex-po-bitant. Nach oben. Ich hab als erstes Mal, äh... Äh, was hab ich noch mal gelesen? Exponentiell. Aber guck hier, äh, 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 die gehen... Bis auf gerade gehen die einzeln da durch. Einzeln? Der chillt sogar, der kommt nicht rein. Der kommt nicht rein, ne? Der denkt sich so, äh, Wildschwein 128. Ne. Der kommt hier nicht rein. Aber wir brauchen abwechseln. Wir können nicht überall Holztüren. Das wäre ja fast schon symmetrisch. Was ist denn hier los? Einen Triple brauchen wir jetzt aber auch nicht. Also, da ist er jetzt, äh, 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 äh... Wat ein Gyros. Sooo. Der eigentliche Weg wäre, den Abstand zwischen den Holztüren zu vergrößern. Also, das... Das ist jetzt ein... Das... Ne. Sooo. Wann geht es denn mal bitte nun... Einer durch ein Kühlhaus-Luftschleu... Was? Wann geht denn mal bitte nur... Einer! Warte. Einer. Ja, okay, gerade das... Oh, aber trotzdem noch, ne? Hier, einer, einer, einer. Hier, schön in der Reihe. Ja, das zählt gerade nicht. Aber die Türen waren einzeln, ne? Wenn du hier den Slow-Mo machst, siehst du das. Die haben trotzdem keine Luft durchgelassen. Obwohl die hier mehrere durchgehen. So. Zählt nicht. Hier, einer, einer. Hier. Also, einer, einer. Hier gerade auch einzeln hintereinander. Hier, einer. Ja, jetzt gleichzeitig. Aber hier auch so, ne? Funktioniert. Einer. 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 Scheint doch zu funktionieren. Einer. Zählt nicht. Guck hier, abwechselnd sogar, ne? Zack, zack, zack. Das ist ein Rein- und Raus hier. Also, ich würde sagen, das ist gut ausgeglichen. So, jetzt machen wir die Zone hier schon mal wieder etwas kleiner. Jetzt könnte es ein bisschen eng werden, aber das andere Lager wird gerade ein bisschen eng. Nur Zeit, dass hier mal weiter gerubt wird. So. 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 Einer. 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 Stahltüren. Einer. Einer. Abwechslung. Das ist ja sonst alles so gleich, ne? Und symmetrisch und fast theoretisch. Ne? Verstehst du? Vielleicht hast du es ja noch nicht mitbekommen. Wenn irgendein Kolonist, irgendein Kolonistin oder irgendein Tier über das zu bauen, bauende läuft, bricht der Konstrukteur die Konstruktion ab. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber warum? Toll. Sonnensturm. Schön gemacht, Terminator. Ich hab' die Sonne vergraut. Mir ist auch immer noch kein Alternativnamen für unseren nächsten Wolverine eingefallen. Wir haben ziemlich viele kleine Sandsteinskulpturen. Ach du Scheiße. Hier muss noch eine positioniert werden. Ein Unding ist das. Ein richtiges Unding. Und so schleicht sich wieder die manuelle Priorisation ein. Ja. So muss das sein. Die Stühle müssen hingestellt werden. Es macht ja sonst keiner. Wenn nicht ich. Wer dann? Oder wie geht das Lied? Guck mal hier Groot. Ist ja auch noch da. Ne? 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 Es muss auch mal vorangehen. Ne? Macht ja keiner sonst. Keiner macht's. Wirklich keiner. Dann musst du hier richtig so remsen und schieß raus schon wieder. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier auch. Nix. Nix gemacht. Der Mr. T. Was macht er eigentlich hier? Okay. Er erbaut. Aber danach trägt er. Guck mal nicht mal der Fernseher funktioniert. Was wollen die nur den ganzen Tag machen? Zum Glück braucht das Bett kein Strom. Sonst hat Valkyre ein Problem. Ich meine die macht doch nichts anderes als schlafen. Ne? Valkyre. Ach ne. Noch wird's. Arbeitet sie ja. Weil sie priorisiert arbeitet. Wir haben ziemlich viele Tierbetten. Wie viel haben wir denn? Auf jeden Fall ein paar legendäre. Nicht schlecht. So dann gehen wir mal von links nach rechts. Hier sind keine Tierbetten erwünscht. Nirgendwo ein Tierbett. Ist ja schon fast. Hier hier sind Tierbetten. Fünf Stück. Unglaublich eindrucksvoll. Wart mal ab. Das wird noch besser. Hier ist noch eins. Nochmal überlegen. Jo. Hier ist schon ein exzellentes. Das ist ja nicht schlecht. In der Küche Hunde. Kann doch nicht wahr sein. Wer tut denn in die Küche Hunde lagern? Boah. Wie kann ich die denn alle hier übersehen haben? Boah. 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 Sogar schäbige. Ist ja widerlich. Widerlich. Wie kann ich die hier übersehen haben? Raum Gruft. Krass. Das Ding hat echt einen Gruftnamen. Wie geil ist das denn? Extrem eindrucksvolle Gruft. Was ist das hier? Raum. Raum außen. Auch geil. Hä? Wirklich einfach nochmal eine gute Sniper rum. Die Billardtisch muss noch gesetzt werden. Was macht denn die noch den ganzen Tag? Schlafen. So sieht es also aus. Macht der hier schon einen auf Valküre? Aha. Also so geht es nicht. So wen machen wir denn jetzt mal für die Betten hier verantwortlich? So wer ist jetzt der Tierbettenverantwortliche? Am besten einer der mit Tieren zu tun hat. Also Groot. Groot schläft. Groot schläft. Nicht mehr lange schläft Groot. Groot ist ein hart beschäftigter Mann. Baum meine ich. Groot muss Betten abbauen. Überlegen. So ein paar können wir ja schon mal platzieren. So ein legendäres. Was ist das denn für ein Stuhl? Na ja wenigstens sehr gut. Hier ist ja noch einer. Wo kommen wir denn diese Betten hin? Groot. Wo kommen denn hier diese Betten hin? Dann setzen wir mal einen legendären hier hin. Legendäre Außen zu setzen. Das ist ja Blasphemie ist das. So los komm. Groot. Wo bist du Groot? Groot. Groot. Na gut setzen wir sie hier hin. Groot. 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 Danke Groot. Danke Groot. Ein bisschen spät. Groot. Groot. Und dann füllen wir jetzt erstmal das Krankenzimmer wieder. Wo wir noch nicht raus gerubbt haben. Warte wir wollen das ja systematisch machen. Ein bisschen ne. Na komm wir ruppen jetzt erstmal die hier schon mal raus. Geh doch schnell. Wir dürfen die hier nicht vergessen. Weil an denen haben wir jetzt uns ein bisschen vorbeigeschlingelt ne. So. So ein meisterliches. Ein meisterliches haben wir noch. So hier noch ein exzellentes. Machen wir schon mal die Krankenstation. hier fähig. Mit Maximum Speed rasen wir über die Karte. Zum Glück habe ich die Shift Taste entdeckt. die ich eigentlich in jedem Spiel automatisch drücke damit es schneller geht. Nur irgendwie in RimWorlds nicht. Bis ich sie jetzt nach 137 Milliarden Folgen entdeckt habe. die Shift Taste. Man kann nicht mit ihr. Man kann nicht ohne sie. Passt wie mit einer Frau. Die Shift Taste. Trägt Bauteile. Trägt Bauteile. Okay. Was macht Groot wieder? Der schläft immer noch. Nur am schlafen. Der arbeitet nur wenn ich den priorisiere ne. Ich meine der arbeitet nur dann. Die Shift Taste. Die auch noch? Hier ist tatsächlich auch noch exzellent. Die sind hier drunter nicht mehr ne. Da drunter nicht mehr. Tiefenbohrer erschöpft. Was ist das denn? Eine Plastik? Mr. T und Valkyre? Alles klar. Alles klar. Was geht denn ab Jungs? Oh oh oh. Captain Hook. Der arme Captain Hook. Der arme Captain Hook. Der hat sich jetzt im Grab umgedreht. War doch Captain Hook oder? Die sind ja auch noch. Oh exzellent. Ja hier ist ja klar, dass hier schon exzellent ist. Oh je. Hier nicht. So. Haben wir noch exzellent. Ach jetzt ist doch aber hässlich ne. So. Wo ist es? walküre und peisen ab an die mörser mörser bemannen ach scheiß wir haben kein wolverine mehr dass das geht in de buts das geht um so in de buts so die bunker ich mal hier unten ein oder nein hier drin alter das ist doch könnte in de buts gehen geht auf jeden fall in de buts was ist denn mit batman los leute egal schui position so wonder woman hat keine waffe pausieren jetzt wird pausiert moment wonder woman keine waffe ich meine sagelt ihr kriegs kriegsbomben und so wie kann wonder woman keine waffe haben raufbold nahtkampf ja dann nimm doch mal einen überlegenen gladius was denn da los man kein wunder dass die ganze zeit nur kacke baut ach ja ich habe so hier ein schicken wir hier rein the black widow so haben wir noch mehr sniper wir brauchen noch ein paar sniper in die in die in die in die stahl ist interessant in die in die in die beginne so sind wir alle bereit stellen wir den hier hinter ray auch noch stellen wir mal hier zwischen könnte könnte gefährlich stellen stellen wir die mal hierhin so han solo hat hier ich muss pausieren das geht sonst sonst haut der erste wieder ab feigling in die in die in die beginne ja es du deine mahlzeit an solo hat die kennt wollen mich alle verarschen los renn jetzt würdest du mich verarschen weißt du was wir schießen einfach los so wir schießen jetzt einfach los was machen wir jetzt so warte angriff so jetzt wieder hin hier leute wieder rennen hier wieder rennen hier der ist position mr die die sind position so groß hier so mr t hau lieber mal ab du stehst da unter beschissen mr t bist du lebensmüde hier sind zum glück nur sensen drin so der schießt der schießt der schießt mr t geht zurück mr t hat hart kassiert so wie sieht es bei denen aus die haben ein bisschen kassiert das macht den aber nichts terminator du kannst auch hier außen rum gehen so so ihr könnt euch alle mal los verzieht euch los verzieht euch geht weg jetzt machen wir mal ach kommen wir nicht oh schon kaputt ok verzieht euch das war wieder mal scheiße das geht besser das ist okay hier beide klingen noch das ist schön so muss das sein ach was ein luxus direkt zwei stück wo du noch die klingen entnehmen kannst drei stück meine fresse wir werden reich wir werden reich ich sag's dir wenn wir nicht reich werden dann wird das keiner wir haben doch ein bisschen kassiert zumindest fehlt dir hart leben jetzt auch nicht hahn solo schläft die ganze zeit und jetzt verreckt hier batman nee tut's nicht okay was denn los hier ein kolonist untätig iron man zerrissene kleidung der 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 stundenlang dauerhaft beschäftigung dauerbeschäftigung braucht der mann hier meine güte braucht der hart beschäftigung so was soll denn jetzt ein bisschen beschäftigen und danach sollten auch genug schüler haben in der theorie gibt es da nicht irgendwie ich würde gern mit dem schiff gedrückt halten und wahllos klicken ist die dümmste idee jetzt hier weil dann musst du nachher noch die lücken suchen finde die lücke einfach den linken maus button kaputt smashen wird jetzt hier in die maus reingedonnert du so fertig gesmashed in die oh nein alter abreißen da können wir es ja machen solange der nicht mit weggerubbt wird alles in ordnung so hier haben wir noch einen exzellenten ich hoffe das ist so ein unding ist das in die los schneller jetzt go iron man iron man iron 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 man endlich dachte schon der hört nie mehr auf ey na komm ach so wir sind noch eine ultra mega super mega ultras logo so hat batman irgendwann verloren waffe oder so nee tatsächlich nicht gut hier noch ein exzellentes so hier haben wir oder haben wir oben auch hier ja hier haben wir jetzt natürlich erst mal zwei hingesetzt jetzt müssen aber die hier oh man die müssen schon mal weg boah da ist ein legendäres in der ecke war hier nicht auch eins keine ahnung oh hier ist sogar tatsächlich auch ein exzellent ui sieh mal einer an zack machen wir einfach hier ist doch scheißegal wie viele hauptsache bauteile ohne ende bauen so ist doch scheißegal wie viele hauptsache bauteile ohne ende bauen so warum nicht wer beeft nach oben jetzt ich hör hier doch krieg äh böse hase äh affe so weg weg so wir können wir gar nicht ersetzen müssen wir auch nicht aber wir können ja schon mal anfangen welche rauszuroppen und dann werden wir nach und nach die ersetzen weg er ist sogar nicht fertig hier was ist denn los hier schlimm ist das weg 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 wir müssen doch holzkisten aber verdammte kacke weg madre kacke wir geben wir später dran also hier an die großen also hier und hier gehen wir später dran erstmal nur die kleinen bereiche wecke solaranlagt so war es das erstmal ich weiß es nicht hier liegt noch einer das wird ein grünes t-shirt nice wir müssen hier diese lager mal leer kriegen keiner will mehr ikea kaufen hier meine güte warum ist sie denn jetzt wegen erschöpfung zusammengebrochen wo ist sie denn ach kacke ganz vergessen rette sie ja geht nicht scheiße geh mal schnell was essen ich habe euch vergessen es tut mir leid es tut mir doch so leid es tut mir leid ach das ding braucht stoff stoff haben wir keinen stoff mehr tatsächlich haben wir stoff die nevalküre lass ich jetzt erstmal auskurieren das macht jetzt mr t mr t arbeitet halt oben boah das sieht aber schon fast fertig aus ne die linke seite nicht schlecht nicht schlecht hier spricht was sind hier falsch ist doch was falsch boden hier drunter muss beton sein so ok 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 Das wird hundertprozentig genau gemacht hier, ohne Ausnahme, ohne Kompromisse. Das muss so gemacht werden. So und nicht anders. Es bleibt alles nicht so, wie es ist. 3. Dezember. Ja, war ja klar, war ja klar. Das ist jetzt die Bestrafung, ich rede die ganze Zeit so in Müll, ja. Und das ist jetzt die Bestrafung. Ich glaube, ich brauche da gar keine große Unterstützung. Wir holen mal ein paar Sniper her. Chillen dann sich dazu. Machen wir hier die Chillen mal nach oben. Aber die können ruhig schon mal näher kommen, ne. Mr. T positionieren wir auch mal. Ray Ray darf auch mitkommen. So, den Hahn schicken wir auch mal mit. Haben wir noch einen auf Range. Warte, Hahn und Mr. T, nehmen wir mal mit den beiden. Und wir gehen mal hier in das Loch. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Dann kommen wir so aus dem Backdoor hier raus. Also, die stecken wir mal nach vorne. Okay, sie kommen. Okay, jetzt schicken wir hier die Sniper raus. So, damit wir von beiden Seiten. So, und natürlich. Haben wir hier unsere Verteidigung. Okay, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Nur so halb. Rettung. 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 Vernichtet sie! Die werden jetzt alle weggekloppt hier. Ja, erstmal beleidigen die Affen hier. Gut. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Oh, Ray hat kassiert? Wieso hat denn Ray kassiert? Was hat die denn kassiert? Gucken wir mal nach. Abgeschnitten. Lang, ne? Schade. Oh, die haben tatsächlich geschafft, ein Geschütz zu zerstören. Ja, das waren zwar viele, aber okay. Wir haben tatsächlich auch keine Dings angezündet, keine Mine. Eine Idee war das aber nicht schlecht, nur dass sie zu früh rausgekommen sind. Vielleicht müssen wir sowas hier auch machen. Na, wobei, dann machen die das hier kaputt. Ich denke, die können das schon sehen. Was nicht so cool ist. Ich glaube, Han Solo ist immer noch gedingst. Was ist mit Mr. T? Den hättest du aber auch mal in ein richtiges Krankenbett. Jetzt muss der nämlich den ganzen Weg laufen, ne? Das ist ein bisschen kacke. Hat denn irgendeiner noch? Braucht irgendeiner was? Einen Lungenflügel verletzt oder so? Ich meine, ich kann jetzt im Moment nur für Organe was tun. Achso, das war die permanente. Naja, bald können die sich nicht mehr gegenseitig beleidigen, wenn alle kein Ohr mehr haben. Wenn die ganzen Ohren abgeschossen sind. Na, wie wollen die sich beleidigen? Hier fehlt auch ein Arm. Wir haben gar nicht genügend Arme. Mr. T kriegt die Sniper hier. Die ist sogar besser als die, die da unten gedroppt hat. Viele tot. Aber dass sie auch immer in so einem scheiß spitzen Winkel angreifen. Vielleicht muss ich hier eine Mauer hinsetzen. Wollte ich nicht sowieso mal hier die Mauer hinmachen, hier eine Mauer hinmachen und hier eine Mauer hinmachen? So, kann er wieder gehen? Ne, kann er einfach noch nicht. Also ich würde gerne die Mauer nach hier verlegen. Weil dann kommen die ja hier immer in so einen Haufen und dann würden alle Geschütze gleichzeitig ballern. Das wäre viel effektiver, wenn die hier, und die zerstören ja immer eins, ne? Weil dann schießen dann hier vielleicht vier, maximal die oben, aber die hier gar nicht. Ich meine, Trump wäre stolz. Ich meine, so eine Mauer, ja? Was meinst du, was Trump dafür machen würde? Also, ich meine ja nur. Mr. T. Ausrüsten. Das war's dann aber auch für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Ooooooh! 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 Ooooooh!